Diese Aufregung, das wird sich glaube ich nie legen. Und das ist das, was ich an Darker Fall so extrem schätze. Nein, Schmeichlerin. Du schmeichelst meinem Ohr mit dem Wort Großer. Das höre ich sehr gern. Ist zwar gelogen, aber fetzt. So Leute, Nummer 2 liegt im Dreck. Wir knallen jetzt hier zwei Leute ab mindestens. Zweitens finden zwei Salewa. Dann zwei Emilia Rekrutons. Outskirts. Im Jusek geht schon die Post ab. Ich hoffe, einer überlebt schwer verletzt, den ich dann von einem Elend erlösen kann. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, habe ich den weggemacht. So, ei, 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 geil. Hey, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier auch wirklich schon so ein erstes Opfer finden. Aber ich nehme es natürlich dankbar an. Boah, ich zittere noch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Es ist, ich kann es immer wieder sagen, also nach über 2000 Spielstunden bin ich immer extrem aufgeregt bei dem Spiel. Das ist immer noch extrem geil. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben, denke ich, gehe ich mir davon aus. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es wird halt nicht weniger. Ich meine, du hast zwar schon ein bisschen gewisse Routine drin und so, aber diese Aufregung, das wird sich, glaube ich, nie legen. Und das ist das, was ich an Darkoff halt so extrem schätze. Da liegt natürlich, glaube ich, nicht so gut, dass uns jetzt einer wecken macht. Komm, 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 Alter, such doch Menschenskind. Er leiert sich den Wolf buchstäblich. Pfff, Alter, später. Kannst du mich verarschen, sag ich mal. Ja, gnädiger Herr schleppt einen Monschein mit sich rum. Ich restrau mich selber. Ferturasin und Powder. Ich f partido mich ab und ich kenne mich zu setten anschauen. Er hat wahrscheinlich auch Pistolen-Kills gemacht. Hätte er wahrscheinlich nicht gedacht, dass er auch hier die Sohle stirbt. Was soll ich jetzt? Das blanke Geld liegt hier oben. Oh, Olli. Das habe ich jetzt schon weggeschmissen. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt schon weggeschmissen. Zweiter Kill mit der Pistole. Zählt bloß nicht. Schade. Da drüben geht es ab. Da drüben geht es ab. Der drüben geht es ab. Da drüben geht es ab. Da drüben geht es ab. Das könnte durchaus schon Containerburg gewesen sein, oder? Oder doch erst versuchen das Dorf. Also weit war es jedenfalls nicht weg. Ja. Und dann war es auch schon. Und dann bin ich noch mal gesagt. Und dann werde ich das Dorf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt ist wieder Funkstille hier. ZDF, 2020 Zippe, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Du Schmeichlerin. ZDF, 2020 Alter Schwäder. Nein, Schmeichlerin. Du schmeichelst meinem Ohr mit dem Wort Großer. Das höre ich sehr gern. Ist zwar gelogen, aber fetzt. So Leute, Nummer 2 liegt im Dreck. Und Schmeichlerin ist mein Arm weg. Aber das ist egal. Der hat nur noch 10 HP, aber so ein Scheiß. Und der linke Arm, der dran glaubt. Das ist irgendwie mein schlimmer Arm. Ja, Olli, aber dem hab ich's besorgt. Der fragt nicht mehr nach Sonnenschein. Und ich hab schon 66%. Mir fehlt nur noch ein Kill. Zwei Kills hier auf Wutz, Alter. Ich hasse es nicht. So, fliegen wir uns noch ein bisschen zusammen. Dann geht's weiter. Ich glaube, jetzt war's das auch langsam. In dem Lager... In dem Lager lagen ja schon zwei. Dann hab ich den erschossen. Drei. Okay, jetzt hier Nummer 4. Mann. Warte, wir machen uns erstmal hier um die Ecke. Nicht, dass hier noch Waffescafs auftauchen. Wie sie so schön genannt wurden. So, warte, jetzt nachladen. Dann zusammenflicken. Dann den Sportfreund looten. Und dann nach Hause. Richtig geil wär's ja, wenn wir noch einen Dritten kriegen würden. Aber das glaub ich nicht. Die meisten sind jetzt, glaub ich, auch schon wieder raus. Oder tot. Aber das ist halt wichtig, dass ihr die Quest relativ zeitig kriegt und schnell machen könnt. Weil die Munition ist nicht die beste, die ihr habt. Flohmarkt gibt's nicht, um besser zu kaufen. Und die Leute sind noch relativ schlecht gegiert. Oh, blöd. Ich habe eine Quest erledigt. Bestimmt irgendeine Daily. Na, da. Echt? Zipper. Gut. Das hört sich doch sehr gut an. So, jetzt können wir... Das Rick können wir jetzt mitnehmen, Olli. Bin mir nicht sicher, ob ich das hier irgendwo Geräusche gehört habe. So, jetzt kann ich das hier... Ah, so lange hast du drauf gewartet? Wir haben doch gerade hier Steps gehört, da wird doch nicht etwa mein Kill-Nuden. So lange hast du drauf gewartet, da wird doch nicht etwa mein Kill-Nuden. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.